Tag 1 der BILD-Air in Hannover ist fast zu Ende und neben mir stehen Holger Merkel von Bionic 3 und Michael Rossler von der Planschmiede aus Bretzfeld. Du bist Architekt und du bist zum ersten Mal hier auf die BILD-Air gereist, verbringst hier zwei Tage. Hat es sich gelohnt? Was machst du hier? Warum ist es dir wichtig hier zu sein? Ja, wie gesagt, das war für mich die erste Veranstaltung in diesem Rahmen. Für mich sehr interessant, die einzelnen Vorträge, weil wir uns in unserem Büro nicht nur mit Planung beschäftigen, sondern auch mit Blower-Door-Messungen. Und da ist es für mich natürlich wichtig und interessant, mich weiterzubilden, fortzubilden, auch über den Tellerrand zu schauen, was andere auch in anderen europäischen Ländern machen, auch mit Kollegen hier zu sprechen, einen Erfahrungsaustausch zu haben. Das war für mich die Motivation, hierher zu kommen. Ihr fühlt auch Blower-Door-Messungen aus. Bei großen Gebäuden arbeitet ihr schon länger mit Holger Merkel zusammen? Richtig, ja. Holger, du hast dich auf große oder hohe Gebäude spezialisiert. Was ist da das Besondere? Die Anforderungen sind anders an diese Gebäude. Von der Messtechnik ist es anders, also wie überhaupt gemessen wird, dass das funktioniert, vor allen Dingen, wenn die etwas unübersichtlich sind, die Gebäude oder eben sehr groß. Aber es ist machbar? Ja, machbar ist alles und wenn man weiß, wie und wenn man das Ganze kombinieren kann. Und du gibst auch dein Wissen zu großen Gebäuden weiter und auch generell zu Blower-Door-Messungen. Du bist ja Referent für verschiedene Institutionen. Wo kann man denn das lernen, was du oder wo kann man denn von dir lernen? Also in einigen Orten in Deutschland. Von mir kann man es lernen, meistens in Schwetzingen. Bei ProKlima zum Beispiel gibt es verschiedene Seminare in der Känguru-Broschüre oder beziehungsweise auf der Website. Da kann man sehen, welche Seminare es gibt. Manche Seminare machen wir in Stuttgart. Es ist einmal für das EUZ in Springer, wo wir in Schwetzingen ein Seminar machen, Basisseminar. Dann gibt es eine Schulung, die kann enden mit dem Titel Fachkraft für Differenzdruck-Messtechnik. Das ist vom GIH Baden-Württemberg und der Handwerkskammer Stuttgart. Und dann machen wir noch ein Seminar Große Gebäude in Schwetzingen. Dann möchte ich noch den Architekten quasi fragen. Der Holger hat gerade gesagt, er gibt verschiedene Seminare, auch mit Zertifizierung. Wenn du Aufträge vergibst an Blower- oder Messdienstleister, ist es dir wichtig, dass die quasi zertifiziert sind? Oder wie erkennst du, ob jemand fähig ist oder nicht? Ja, also das ist für mich ganz wichtig, weil ich kenne ja in der Regel die Person nicht, die wir dann beauftragen mit der Messung. Und das war auch der Grund, warum wir uns einen Partner wie Holger Merkel, also die Bionic 3, gesucht haben. Weil er in dem Gebiet mit allen Wassern gewaschen ist und alle Zertifizierungen hat, die es auf dem Markt gibt. Und er ist für uns deshalb der Partner Nummer 1. Okay, dann vielen Dank und viel Spaß noch auf der BILD-Air. Dankeschön. Mehr Geschichten zu BILD-Air-Videos gibt es natürlich auf proklima.tv oder auf dem Proklima-Blog.